Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race DTM 2016 hier als zweites Video des neuen Motorsports Weekends. Also endlich geht es mal weiter mit dem Motorsport Weekend. Wir haben ja heute schon die Formel 1 gesehen. Jetzt sehen wir die DTM mit dem kurzen Training bevor wir dann morgen Qualifying und Rennen des Samstags sehen. Ähm, es geht nach Lausitz, äh, nach, äh, auf den Eurospedway in die Lausitz. Ähm, von den vier Läufen, die vorher schon, äh, in dieser Saison waren, haben wir drei Stück gewonnen, einmal zweiter. Ähm, trotzdem, dennoch heißt das nicht, dass das so weitergeht, denn wir hatten ja auch ein bisschen Glück, was die Strecken angeht. Und, äh, wir hatten das uns auch hart müssen erkämpfen. Und, äh, mal schauen, ob wir überhaupt hier in der Lausitz das Glück haben. In der Gesamtwertung, wir hatten mal gerade gesehen, wir führen mit 93 Punkten die Gesamtwertung an. Boa Marco Wittmann, ich glaube, das sind's 29 Punkte Vorsprung, das wir da haben. Jawohl. Und, ähm, Jamie Green hat 58 Punkte, ähm, als unsere ärgsten Verfolger in der Teamwertung führend ist unser Team RBM mit vor dem Team RMG, also Doppelführung hier für BMW. Und in der Herstellerwertung haben wir 49, Quatsch, 39 Punkte Vorsprung vor Audi. Und Mercedes ist weit abgeschlagen im Moment, aber wir haben erst zwei von neun Rennwochenenden der DTM hinter uns. Insofern springen wir jetzt einfach ins freie Training. Oh, die Rechte hat hier mit dem Glock rausgekommen. Ich glaube, das ist unser Teamkollege sogar. Oh, die Rechte hat hier mit dem Glock rausgekommen. Oh, die Rechte hat hier mit dem Glock rausgekommen. Boah. Klasse, danke Timo. So, der Euro-Speakway-Laussitz wurde als Highspeed-Strecke, als Ersatz... ...für die Berliner Arbus gebaut, die ja doch eindeutig zu gefährlich wurde. Wie ist das? ... Komm, wir liegen in der Bambule. Untertitelung. BR 2018 Hier fanden ja sogar schon Champcar-Rennen statt. Okay, vielleicht sollten wir hier einmal irgendwann mal die Rennlinie einschalten, aber ich glaube, das gibt es gar nicht die grafische Rennlinie. Die Rennlinie einschalten. Die Rennlinie einschalten. Okay, das war eindeutig zu spät gebürzt. Ich fahre mit Absicht mit der Außenkamera, um ein bisschen mir die Strecken und die Führung einzuprägen. Wir könnten hier später bremsen. Ich fahre mit Absicht. was wir hier machen Untertitelung. BR 2018 Garry Peppert, denkst du das schon mal irgendwie an? Garry Peppert, denkst du das schon mal? Garry Peppert, denkst du das schon mal? Garry Peppert, denkst du das schon mal? Untertitelung. BR 2018 So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, vor uns haben wir jetzt Timo Scheider, der dieses Jahr ja die gesamte Saison der Rallycross-WM fährt. Und für BMW Motorsport an der Foulend teilnimmt. Ja, an der Foulend teilnimmt so rum. Und damit auch am 24-Stunden-Klassiker von Nürburgring. Hier ist also quasi von Audi zu BMW gewechselt. Wer dazu besagt sei... Ich meine, ich kann verstehen, dass Audi, wenn alle Hersteller ja zwei Fahrer in dem Sinne weniger dieses Jahr 2017 antreten lassen, wie noch 2016... Hier muss der Kader jetzt sowieso der bestehende verkleinert werden. Jetzt kommt vielleicht noch der eine oder andere neue Fahrer auch noch hinzu. Wie man ja auch mal die Chance geben will. Und eins muss man jetzt mal wirklich sagen... Ja, okay, die Training 1 geschafft. Ja, also 1,28, die Bestzeit von Eckström. Und wir kommen hier hinten, Tintas Scheider mit einer 1,21,8. Und das ist rund eine Sekunde langsamer. Also das muss morgen besser werden. So, das war's vom freien Training. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen zum ersten Qualifying und zum ersten Rennen der DTM 2016. Oh, da gucken wir noch eine Sache. Ja, doch, es kommt als nächstes Qualifying. Zum Qualifying der DTM 2016 auf dem Lausitzring. Macht's gut, bis dahin.